Liebe Podcast-Hörerinnen, liebe Podcast-Hörer, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mischa Kronenfels, Chefredakteur von KRONE HIT und bevor die neue Folge von KRONE Verbrechen losgeht, möchte ich mich herzlich bei allen Fans unseres Podcasts bedanken. Vor kurzem hat KRONE Verbrechen eine wirklich tolle Hürde genommen. Die Folgen des Podcasts wurden auf allen Plattformen insgesamt, sei es auf KRONE.at, KRONE HIT.at, Spotify, Apple Podcasts, allen Alexas und vielen anderen, mehr als eine Million Mal heruntergeladen bzw. gestreamt. Danke für Ihr Interesse, Ihre Treue und auch Ihr regelmäßiges Feedback an uns. Wir freuen uns jetzt auf weitere spannende Geschichten in KRONE Verbrechen. Und ich bin Martina Brewand und ich freue mich natürlich genauso wie der Mischa, dass Sie uns so gerne hören und ich verspreche Ihnen, dass wir auch in Hinkunft wieder ganz, ganz viele spannende Kriminalfälle für Sie aufarbeiten werden. Und jetzt geht's los. Liebe True Crime Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von KRONE Verbrechen. Bei mir im Studio, wie immer, Martina Brewand von der Kronenzeitung. Hallo Martina. Hallo Mischa. Es geht heute um einen wirklich unglaublich tragischen Fall. Es geht um einen Buben, der abgemagert, dem Tode nah, unterkühlt, traumatisiert, in einer Hundebox eingesperrt, mitten in Österreich, in Niederösterreich, im Waldviertel in einer Wohnung gefunden wurde. Das Ganze ist natürlich schon viel früher passiert und zwar im November 2022. Es ist genauer gesagt der 23. November, als eine Rettung gerufen wurde, um in eine Wohnung zu kommen. Und dort bietet sich den Rettungskräften ein unglaubliches Bild. Ja, das war eine Wohnung in einer niederösterreichischen Kleinstadt. Zu Hause war eben die Mutter eines Buben, eines zwölfjährigen Buben, auch noch ihre Freundin, auch noch eine Sozialarbeiterin, aber daraufhin werden wir später noch eingehen. Und dieser Bub ist eigentlich dem Tode nahe am Boden gelegen. Kaum bekleidet, völlig unterkühlt. Er hat unzählige Wunden am Körper gehabt, also die wirklich von schweren Misshandlungen gezeigt haben. Seine Arme, seine Beine waren blau, also das heißt, die waren wirklich schon fast abgestorben, eben durch Kälte. Und der Bub war bereits im Koma und er wurde dann mit der Rettung ins Donausspital nach Wien dann letztendlich geflogen. Dort haben dann Ärzte wirklich in letzter Sekunde, also das steht dann jetzt mittlerweile in Gudach noch drinnen, also in letzter Sekunde sein Leben gerettet. Also wäre die Rettung eine Stunde später gekommen, wäre er gestorben. Wir nennen den Buben Gerhard, der heißt in Wirklichkeit natürlich anders, aber wir haben uns dazu entschlossen und du auch in deinen Kronenzeitungsartikeln, die du darüber geschrieben hast, alle anderen Menschen, die in diesem tragischen Fall vorkommen, mit neuen, mit anderen Namen zu versehen, damit der Bub geschützt ist und damit auch, und wir werden über eine Komplizin sprechen, auch deren Kinder geschützt sind. Wir nennen den Buben Gerhard, der ist zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre alt, Martina. Was weiß man mittlerweile alles, was diesem Buben widerfahren ist? Also es ist klar, das stellen die Mediziner fest, dass er monatelangen, möglicherweise sogar jahrelangen Qualen ausgesetzt gewesen sein muss. Es beginnen dann natürlich Ermittlungen der Polizei. Du hast zuerst richtig erwähnt, dieser Fall ist im Jahr 2023 erst bekannt geworden. Es gab dann wirklich monatelange Ermittlungen, also es war relativ schnell klar, dass die Mutter natürlich etwas damit zu tun haben muss, oder er hat ja mit der Mutter alleine gelebt. Es wird dann wirklich sehr, sehr schnell schon klar, dass die Mutter ihm dieses ganze Leid zugefügt hat. Also es war unfassbares Leid, dass sie ihm zugefügt hat. Sie hat ihm ununterbrochen, also wirklich aufs Wüsteste geschlagen. Sie hat ihm immer wieder Stiegen hinunter gestoßen. Er war auch immer wieder schwerst verletzt. Ich nehme das gleich mal vorweg. Er war auch immer wieder in medizinischer Behandlung, also in Spitälern oder bei Ärzten von ihr. Sie hat es immer wieder gut geschafft zu sagen, also er hat sich diese Verletzungen selbst zugefügt. Sie ist da so überfordert und sie weiß gar nicht, was sie tun soll. Und man hat ihr leider Gottes fast immer geglaubt. Also dann hat sie den Buben, hat sie ihn hungern lassen. Sie hat ihm nichts zu essen gegeben. Er war ja auch völlig abgemagert. Sie hat ihn wirklich damit gequält, also vor ihm gegessen. Das wurde dann alles, das kam dann alles raus. Also vor ihm Kuchen gegessen und ihn hungern lassen. Sie hat ihn psychisch auch fürchterlich gequält. Also sie hat ihm zum Beispiel unzählige Aufsätze, Bücher auswendig lernen lassen. Das musste er dann niederschreiben stehen oder in total absurden Situationen. Man weiß das nämlich, weil sie hat davon Bilder angefertigt gehabt und Videos. Also er ist vollkommen verkrümmt auf einem Sessel gesessen und hat da irgendwelche Dinge, die er auswendig gelernt hat, vorsagen müssen. Dann hat sie ihn auch noch, oft gefesselt und geknebelt, in eine Hundebox eingesperrt, Wasser über ihn geschüttet. Diese Hundebox war ein Fenster gestellt, die ganze Wohnung, also war eiskalt. Und dieser arme Bub hat da drinnen gefroren. Wenn es ein Beispiel dafür gibt, was ein Martyrium ist, dann ist es, glaube ich, das, was diesem Bumm widerfahren ist. Was bei den Ermittlungen herausgekommen ist, ist, dass es wahnsinnig viele Chatnachrichten gibt. Und diese Chatnachrichten legen natürlich nahe, dass da noch eine andere Person in diesem ganzen Wahnsinn involviert war. Was hat man in diesen Chatnachrichten so lesen können, Martina? Es war relativ klar, dass diese Frau auch nach Aufkommen dieser ganzen fürchterlichen Tragödie, sie ist erst ungefähr 24 Stunden später dann verhaftet worden. Also sie hatte noch Zeit, Beweismaterial zu vernichten. Dazu gehörten eben auch Handys. Also man hat das aber gefunden. Also sie hat Handys zerstört. Man hat dann diese Handys wieder irgendwie repariert und irgendwie versucht, die Daten darauf zu rekonstruieren. Da wurden Datenforensiker engagiert. Und da wurden dann eben auch diese fürchterlichen Chatnachrichten gefunden, die sie mit ihrer besten Freundin ausgetauscht hat. Und zwar mit der Regine G. Da wurde dann schon offenkundig, dass diese Frau ihr, also der Mutter, sehr oft die Anweisung gegeben hat, den Buben zu quälen oder sogar noch Hinweise, wie sie ihn besonders schrecklich quälen könnte. Und die beiden Frauen haben sich in einer fürchterlichen Weise darüber lustig gemacht. Also wenn diese Folterungen dann passiert sind, das war dann so, ja der kleine Trottel weint schon wieder, der kleine Trottel, dem ist kalt, der schreit, dann wirklich also absurde Chatnachrichten, also mit Teufelszeichen versehen, mit Lachsmilies versehen, gespickt auch mit Bildern und mit Videos von dem gebeinigten Kind. Es ist von einer Grausamkeit, die wirklich alle Grenzen des Vorstellbaren überschreitet. Natürlich steht sich die Frage, wie kann das soweit kommen? Und die Ermittlungen haben ja gegeben, und das hast du auch in vielen Artikeln beschrieben, dass das Ganze schon jahrelang so geht. Wie kann eine Mutter ihr eigenes Kind dermaßen quälen und so sadistisch sein? Was steckt da dahinter? Diese wirklichen, das möchte ich nur vorweg sagen, also diese wirklich ganz, ganz schlimmen Quälereien, die dürften begonnen haben dann wirklich erst 2021. Der Bub wurde natürlich auch gerichtspsychiatrisch untersucht letztendlich. Und da wurden auch Vorbefunde hergenommen von ihm. Also er war ja seit 2015 immer wieder in psychologischer Betreuung. Also das heißt, er war schon als Kleinkind in psychologischer Betreuung. Also zunächst einmal wurde halt irgendwie festgestellt, dass er irgendwie verzögert ist in der Entwicklung. Dann wurde festgestellt weiter, dass er wirklich eine ernsthafte Persönlichkeitsentwicklungsstörung hat. Also eigentlich sind die Befunde immer schlimmer geworden, obwohl er sich in Therapie befunden hat. Und obwohl auch nie irgendwas bemerkbar war mit der Mutter, also dass die Mutter ihn schlecht behandeln würde, er hat auch nie darüber gesprochen. Was da wirklich vorgefallen ist, weiß bis heute niemand. Es ist nur wirklich anzunehmen, das hat auch die Gutachterin dann festgestellt, die Letztgutachterin. Also dass da zumindest ab 2005 schon irgendwelche Qualen stattgefunden haben, zumindest psychischer Natur. Es ist aber nicht mehr herausfindbar, was da wirklich geschehen ist, weil der Bub will ja über das Ganze kaum sprechen. Aber die wirklich schwer dramatische Situation ist für ihn gekommen. Man muss auch vorweg sagen, sein Leben hat ja mal nicht so schlecht begonnen. Sein Vater ist ein Mensch, der sehr in Ordnung ist. Seine Mutter hat den Vater kennengelernt in relativ jungen Jahren. Also die beiden haben dann rasch geheiratet, eben weil dieses Kind unterwegs war. Aber sie haben sich dann scheiden lassen, wie der Bub zweieinhalb Jahre alt war. Womit der Bub natürlich irgendwie auch aus der Kontrolle seines Vaters gekommen ist. Also weil die Frau hat das alleinige Sorgerecht für den Buben dann gehabt. So hat man sich halt da geeinigt. Und ihr ist auch das Reihenhaus, das die beiden hatten geblieben. Und der Vater hat den Buben halt immer wieder zu Wochenenden natürlich. Also er hat ein Besuchsrecht gehabt, auch manchmal übers ganze Wochenende. Er hat schon irgendwie gemerkt, dass er sich nicht besonders gut entwickelt. Man hat dann das Ganze aber auch erklärt, auch von Seiten vom Psychologen her, dass er halt ein bisschen, vielleicht hat er ADHS-Syndrom, vielleicht ist er grundsätzlich auch ein wenig depressiv. Es wurde eher so erklärt, also dass das eigentlich mit ihm zusammenhängt, weniger mit äußeren Gegebenheiten. Und ich will jetzt mal zurückkommen, also wann wirklich das Drama mit dem Buben begonnen hat. Das war so Ende 2019. Da haben sich seine Mutter, eben die Sabine K. und die Regine G. zufällig in einem Supermarkt getroffen. Die beiden Frauen kannten sich, weil die sind beide aus der gleichen Kleinstadt in Niederösterreich, hatten aber nie besonders viel Kontakt zueinander. Und beide waren irgendwie in einer außergewöhnlichen psychischen Situation. Die Horrormutter nennen wir sie. Die Sabine K., ja. Die Sabine K., ja. Die hat gerade ihre Mutter verloren gehabt. Also die ist an Krebs gestorben. Und die war eigentlich immer in ihrem ganzen Leben die einzige Bezugsperson, wirkliche. Also sie hatte in der Schule kaum Freundinnen. Auch dann, sie hat so eine Lehre gemacht zur Gastronomiekauffrau, hat dann gearbeitet als Köchin zuerst in Gashäusern, zuletzt in einem Spital, dann aber als Reinigungskraft in einem Spital, weil sie nur noch halbtags arbeiten wollte, nur um auch diesen Lebenslauf kurz abzuschließen. Also sie war da schon in einer nicht guten psychischen Situation. Trifft dann auf diese Regine G., die ist damals 40 Jahre alt, also ein paar Jahre älter als sie, die ist halt wiederum auch in einer schlechten Situation, wenn man ihre Geschichte, sie ist Verkäuferin, wenn man ihre Geschichte zurückverfolgt. In ihrer Stadt haben immer alle gesagt, ja, sie hat halt nie Glück mit Männern gehabt. Also sie hat in jungen Jahren schon ein Kind bekommen. Der Mann hat sich für das Kind nicht interessiert und für sie nicht interessiert und ist weggegangen. Dann hat sie irgendwann ihre große Liebe kennengelernt. Das war ein Polizeibediensteter, mit dem hat sie zwei weitere Kinder bekommen. Und jetzt war gerade diese Situation da, dass sich dieser Polizeibedienstete, der hat eine andere Frau kennengelernt gehabt und hat sich von ihr getrennt. Und damit ist ihre ganze Welt zusammengebrochen. Und diese zwei Frauen haben sich sozusagen in ihrer Wut auf das Leben zusammengetan und wurden wirklich komplizierendes Bösen. Und zeitgleich beginnt ja dann die Corona-Pandemie, was ja wiederum eine Ausnahmesituation für uns alle war natürlich. Aber diese Zäsur im Leben hat bei diesen beiden offenbar noch etwas anderes ausgelöst. Dadurch, dass sie isoliert, wie wir alle zu diesem damaligen Zeitpunkt waren, konnten sie sozusagen ihrem diabolischen Werk noch mehr nachgehen. Wie hat das dann so richtig begonnen? Das kann man ja auch diesen Chat-Nachrichten entnehmen. Ja, es war ja dann auch sehr einfach. Also der Bub ist ja dann sowieso nicht in die Schule gegangen. Also das heißt, es war eine Abschottung von der Gesellschaft, von Freunden, von den Lehrern. Und die Regine G. hat dann also einmal angefangen zunächst ihrer Freundin einzureden, dass ihre Familie ihr irgendwie Schlechtes will. Weil da gibt es nämlich einen Privatdetektiv, den sie gut kennt und den hat sie zu ihrem Schutz auch schon einmal sie beobachten lassen. Und diese ganze Familie will sie eigentlich in Wahrheit umbringen. Also vollkommen irre Dinge, ja. Und es hat dann die Sabine K. mit dem Gerhard eine Zeit lang bei der Regine G. gewohnt. Die hat dann sogar den Job aufgegeben, weil die andere das wollte, um die andere dann jeden Tag in die Arbeit führen zu können, um ihren Haushalt machen zu können, um dort kochen zu können. Dann hat die Regine G. die Sabine K. relativ rasch überredet, sie soll ihr Reihenhaus verkaufen. Das Geld wurde dann der Regine G. überlassen. Ihr Auto verkaufen, ihre Lebensversicherung auflassen. Also alle Dinge sozusagen, die nicht nid- und nagelfest waren, zu Geld zu machen und der Regine G. zu überlassen. Sabine K. hat das alles getan. Die war dieser Frau irgendwie wie hörig. Also es wurde auch dann vom Vater, von der Sabine K. wurde berichtet, er hat das ja langsam zuerst mal beobachtet, hat auf sie eingeredet, hat gesagt, bitte, was ist mit dieser Frau? Also du benimmst dich, als wärst du da in eine Sekte geraten. Und da hat wirklich nichts mehr genützt, ihr zuzureden. Also diese zwei haben sich immer mehr zusammengetan. Es war dann so, dass die Sabine K. mit ihrem Sohn, also mit dem Gerhard, in eine heruntergekommene Wohnung gezogen ist, eine ganz billige, weil er eben alles Geld der anderen Frau übergeben wurde. Es klingt jetzt auch ganz völlig absurd, die Regine G. hat dann der Sabine K. eingeredet, sie hätte in ihrer Wohnung Kameras installiert, die von diesem Privatdetektiv, den es natürlich nie gegeben hat, ständig kontrolliert würden. Und da hat sie ja dann gesagt, ja, also dein Sohn, das ist eben auch auf Chatnachrichten nachzulesen, ja, also dein Sohn, ich will das jetzt gar nicht da so sagen, weil es wirklich so absurd ist. Also schwerste sexuelle Handlungen würde er begehen in der Nacht. Also wenn seine Mutter schläft, mehr oder weniger sich an den Hut, sie hätte zwei Hunde sich an den Hunden vergehen, auch vor der Mutter stehen und da fürchterlichste Dinge tun. Wie das Sabine K. überhaupt glauben konnte, ist natürlich unverständlich. Aber sie hat dann immer mehr Hass auch auf den Sohn aufgebaut, der natürlich immer schon da gewesen sein muss. Weil sonst kann ja das nicht eine Frau einfach glauben. Also nochmal kurz zusammengefasst, weil das Ganze so absurd und abstrus klingt. Diese vermeintliche Freundin, die Regine G., hat die Mutter von Gerhard, also die Sabine K., mehr oder weniger in der Hand. Die beeinflusst sie. Sie redet ihr ein, dass sie von ihrer eigenen Familie bedroht wird. Sie redet ihr ein, dass sie ihr Geld überweisen soll. Sie ist wie Wachs in ihrer Hand und redet ihr zuletzt auch noch ein, dass sie Kameras in ihrer Wohnung installiert hat und sie rund um die Uhr beobachten könnte. Und zeigt ihr so auf, dass ihr eigener Sohn sich offenbar gegen die eigene Mutter richtet und das jetzt handeln muss. Und diesen Chat-Nachrichten entnimmt man dann natürlich auch, dass die Mutter von Gerhard regelrecht nach Anweisungen sucht, wie sie ihren eigenen Sohn auch weiterhin quälen kann. Welche Details kommen dann noch ans Tageslicht? Wie furchtbar sie ihren Sohn gequält hat? Und ich glaube, das ist ja auch wirklich Sinnbild dieses Martyriums. Das kann man dann auch immer wieder fragen, wie man ihn noch mehr quälen kann. Also die natürlich, die Regine G. bereitwilligst beantwortet hat oder von Selbsttipps gegeben hat. Man muss aber auch sagen, dass dieser Biene K. auch schon noch zusätzlich, auch ohne Anweisung, ihrer Freundin ordentlich zur Tat geschritten ist. Und das Ganze ist ja dann auch noch so einfach möglich gewesen. Es klingt natürlich absurd, dass das Ganze vor der Öffentlichkeit vollkommen verborgen blieb. Ich habe zuerst schon gesagt, diese Verletzungen, die wurden von Ärzten nicht wirklich erkannt. Aber dann war ja auch noch, also der Bub war ja immer eigentlich irgendwie ein bisschen in psychologischer Betreuung, dann aber eigentlich noch mehr. Weil es hat dann die Regine G. auch der Sabine K. erzählt, dass ihr Sohn missbraucht wird bei Besuchen beim Vater. Da ist aber nicht nur der Vater verwickelt, sondern auch die ganze restliche Familie, also der Großvater und der Onkel. Und damit hat es wirklich, also es ist ja wirklich unfassbar, es ist ja auch ein unfassbares Behördenversagen. Es hat dann dadurch Sabine K., ihren Sohn, vollends auch von seiner restlichen Familie wegbringen können. Weil sie hat dann eine Anzeige gemacht. Dann hat man gesagt, ja es gibt keinen, also vorerst darf er die alle nicht mehr sehen. Weil da könnte ja sein, dass da wirklich etwas passiert ist. Also es haben zwar Untersuchungen, körperliche Untersuchungen gar nichts übergeben, aber wir wissen ja, dass sexueller Missbrauch auch auf andere Weise stattfinden kann. Dann hat es ein ewig langes Verfahren gegeben. Da wurde dann festgestellt, der ist schwer traumatisiert. Man hat aber nur gedacht, dass das möglicherweise auf diesen Missbrauch zurückzuführen sein könnte. Aber nicht, dass ihm vielleicht daheim irgendetwas Schlimmes widerfährt, obwohl er da Wunden hatte, obwohl er immer dünner geworden ist. Also es ist wirklich katastrophal. Dieser Missbrauch, von dem du gesprochen hast, der tatsächlich nicht stattgefunden hat. Also wieder so ein Lügenkonstrukt von der vermeintlichen Freundin Regine G. Und da stellen sich jetzt natürlich mehrere Fragen. Die erste Frage ist natürlich der Bub. Du hast es schon angesprochen. Und er war immer wieder in Behandlung, wurde immer wieder untersucht von Psychologen. Es wurden immer wieder Wunden verarztet. Hat er eigentlich Signale gesetzt, dass es ihm nicht gut geht? Ich lese ja in deinen Artikeln, dass er immer wieder so kleine Hilfestreie ausgesendet hat. Wie sind die so vonstatten gegangen? Und warum natürlich, das ist dann die Folgefrage, warum hat niemand reagiert? Das hat er sehr wohl gemacht. Manchmal nur. Ja, weil man muss sich ja auch vorstellen, dass so ein Kind ist ja dann wirklich in einem Mikrokosmos des Wahnsinns drinnen, hat eine furchtbare Angst vor seiner Mutter und auch natürlich vor dieser anderen Frau. Es wurde ihm ja natürlich auch eingebläut, also wenn er irgendwo draußen etwas sagt, also dass dann die Bestrafungen noch schlimmer werden. Er konnte das ja auch nicht mehr einordnen, dass er sich dadurch wirklich hätte vielleicht befreien können. Aber es sind natürlich Auffälligkeiten passiert. Also mitunter, die Sabine K. durfte ja nur ganz selten aus der Wohnung raus, weil ja die Regine G. gesagt hat, der Privatdetektiv ist ja rund um die Uhr quasi vor ihrer Wohnung, passt auf sie auf und nur wenn nicht gerade irgendein Verwandter draußen lauert, der sie gerade umbringen will, kann sie mit dem Buben ein bisschen spazieren gehen. Diese Spaziergänge hat der Bub regelmäßig dazu genützt, wie er noch nicht körperlich so schwach war, dass er es nicht mehr konnte, dass er davongelaufen ist. Er ist da wirklich ganz, ganz oft, ist er gelaufen in Supermärkte, in eine Pizzeria, in eine Kebabbude, hat dort Essen gestohlen. Er wurde immer wieder von der Polizei aufgegriffen. Er hat einfach gesagt, er hat Hunger, er wollte halt jetzt etwas essen. Man ist dem Ganzen nie besonders nachgegangen, was ich jetzt überhaupt nicht verstehe, weil wir sprechen hier nicht von einer Großstadt, wo immer wer anderer hinkommt. Da kommen immer wieder dieselben Beamten natürlich. Dann, es hat auch die Bevölkerung vollkommen weggesehen, weil der Bub hat weggeworfen beim Spazierengehen. Also das erinnert fast irgendwie an Hänsel und Gretel. Also der hat so kleine Zettel gehabt, hat geschrieben, er wird von seiner Mama gefangen gehalten. Ja, und es geht ihm dort sehr schlecht. Und hat auch geschrieben, wer das ist und hat diese Zettel verteilt. Und das hat niemand zur Kenntnis genommen. Es wurden diese Zettel auch gefunden. Da haben sich nachher Menschen bei der Polizei gemeldet, die wirklich diese Zettel gefunden haben. Er hat auch immer wieder solche Zettel vom Balkon runtergeworfen. Es haben auch Nachbarn gefunden. Es hat sich niemand gemeldet. Es hat niemand irgendwie Alarm geschlagen. Es gab dann einmal eine Situation, also da war er in einem Krankenhaus in Niederösterreich, wieder mit schweren Verletzungen, die ihm die Mutter zugefügt hat, wo sie behauptet hat, ich glaube, er ist mit dem Skateboard gestürzt. Da waren die Ärzte klug und haben irgendwie gesehen und haben auch diese alten Wunden gesehen und haben sich gedacht, das ist alles ein bisschen komisch. Und da hat er ansatzweise ein bisschen über sein Leid gesprochen. Die haben auch eine Anzeige beim Jugendamt gemacht, aber das Jugendamt hat nicht reagiert. Und es gab auch noch einen Hinweis einer Lehrerin, glaube ich. Also das war der wirkliche wichtige Hinweis dann, wo es schon wieder Schulbetrieb gegeben hat, ist er weiter nicht in die Schule gegangen. Es ist ihr ja eben gut gelungen, weil die Ärzte ja immer wieder Entschuldigungen geschrieben haben wegen seiner Verletzungen. Allerdings, er musste dann wirklich einmal in die Schule gehen. Das war so ungefähr zwei Monate, bevor dieses Drama offenkundig wurde und hat seine Lehrerin entdeckt, also dass es ihm fürchterlich war. Und hat ihn dann im Zimmer mitgenommen, hat mit ihm gesprochen. Und da hat er dann schon gesagt, da hat er dann gesagt, dass die ganzen Entschuldigungen gegen seinen Vater nicht stimmen. Also er hat sich dieser Lehrerin wirklich anvertraut und hat ihm schon angedeutet, dass er daheim auch nichts zu essen bekommt. Also er hat das sehr verklausuliert gesagt, aber er hat es angedeutet, hat auch gesagt, dass es ihm nicht gut geht, also dass er schlecht behandelt wird. Diese Lehrerin hat sofort diese Dimension natürlich nicht, aber sie hat gemerkt, da ist wirklich ordentlich was fürchterlich dran. Da hat er das Jugendamt alarmiert, wobei er ja eh ständig in Jugendamtbetreuung war, auch wegen diesem angeblichen Missbrauch. Aber da hat man sich das Ganze jetzt noch einmal angeschaut, also wirklich intensiv angeschaut angeblich. Die sind dann nach Hause gekommen, auch zu unangemeldeten Besuchen. Und was für mich das Erschreckende ist, also der letzte dieser Besuche hat zwei Tage, bevor er ins Koma gefallen ist, stattgefunden. Also das Kind war wahrscheinlich schon eher apathisch, es war schon ganz furchtbar beinahnt. Es war völlig apathisch, es steht auch in diesen Jugendamtberichten drinnen. Er hat Wunden, es sind Wunden verbunden, er hat blaue Hände, blaue Füße, er zittert, er steht gerade bei einem Besuch vor einem Tisch und muss stehend schreiben, einen Aufsatz schreiben. Er traut sich nichts zu sagen, ohne der Zustimmung seiner Mutter, also Fragen beantwortet er nicht. Und es hat niemand irgendwie Notwendigkeit gefunden, dass das Kind seiner Mutter weggenommen wird. Diese zwei Frauen, die Horror-Mutter und ich nenne sie mal die Horror-Freundin, was ist mit diesen Frauen eigentlich los? Ich frage es einmal ganz platt so. Also es haben beide eine schwere Persönlichkeitsstörung, mit starken, um das hervorzuheben, mit starken sadistischen Tendenzen. Andernfalls wäre das ja auch gar nicht möglich. Also sie haben ja wirklich offensichtlich Freude daran gehabt, diesen Buben leidend zu sehen. Es wird natürlich immer Unverständnis bleiben, wie überhaupt ein Mensch zu so etwas fähig sein kann. Noch dazu, also diese Frau an ihrem eigenen Kind, das ist ja wirklich an Grausamkeit, an Absurdität, alles nicht zu überbitten. Bei der Komplizin kann man sagen, also das ergibt sich auch ganz gut durch diese Chat-Nachrichten. Da glaube ich, hat sie sehr, sehr viel von ihrer Wut, von ihrem Hass, der in ihr war, durch diese Trennung von diesem Partner. Sie hatte dann noch einen neuen Partner wieder, von dem sie dann noch ein Baby bekommen hat, war mit dieser ganzen Situation überfordert, war mit einem Mann zusammen, den sie eigentlich nicht liebt, hat ein Baby bekommen, das ein Schreibaby war, hat dauernd in Facebook gesehen, also wie ihre große Liebe mit seiner neuen Liebe irgendwelche Bilder postet. Da hat sich offenkundig in ihr eine irrsinnige Wut aufgetan, die sie wirklich eins zu eins an diesen Buben vollstreckt hat, muss man schon sagen. Also sie hat nie Hand angelegt, aber sie hat ja genau gewusst, dass die Sabine K. all ihre Anweisungen befolgen wird. Der Grund, warum die Sabine K. das gemacht hat, also einerseits kann man natürlich sagen, sie war im Bann dieser Frau, offenkundig ist sie ein vollkommen dumpfer Mensch, also zu keinem wirklichen Gefühl fähig. Also das zieht sich eigentlich, wenn man es dann wirklich sich genau anschaut, durch ihr ganzes Leben hindurch, was durch ihre, glaube ich, Unauffälligkeit übertüncht wurde. Jeder, der diese Frau kannte, ja auch noch, wie sie in Freiheit war, sagt, ja, das ist so eine typische, wie so eine nette Handarbeitslehrerin. Also sie war nicht auffällig hergerichtet, immer hat sie nett gewirkt, auch wie eine besorgte Mutter hat sie eigentlich gewirkt. Dass sie eigentlich zu keiner wirklichen Gefühlsregung fähig ist, hat man schon gemerkt. Sie hat halt den Mann geheiratet, weil sie von dem ein Kind bekommen hat. Sie war aber nicht besonders traurig, wie die Scheidung war. Es hat sie eigentlich, also all diese Dinge, die normalerweise ja Menschen doch nachhaltig irgendwie beschäftigen, das ist bei ihr so vorbeigegangen, so wie, ich weiß nicht, ich habe jetzt einen Pullover, aber der ist jetzt kaputt. Also sie hat ein sehr abgeflachtes Gefühlsleben. Ich glaube auch, dass sie überhaupt für den Buben nie wirklich Gefühle hatte. Sie sagt auch jetzt, also ganz lapidar, das Projektkind ist bei ihr eben gescheitert und sie würde auch nie mehr wieder ein Kind wollen. Sie sagt natürlich, es tut mir leid, dass ich das getan habe, aber wie weit das jetzt ernst zu nehmen ist. Also ich glaube, dass das darin eben begründet ist, dass da eben wirklich eine vollkommen abgeflachte Person da ist. Diesen beiden Frauen wurde natürlich der Prozess gemacht und im Zuge dieses Gerichtsprozesses gab es natürlich auch psychiatrische Expertise. Wie schätzen das die Psychiater und Gerichtspsychologen ein? Also natürlich waren die beiden zusammen also eine ganz fürchterliche Kombination. Der Gerichtspsychiater, der sie beide begutachtet hat, hat auch gesagt, das ist ein Jahrhundertfall, womit er sicherlich recht hat. Die beiden gelten als psychisch hochgradig gestört, aber zurechnungsfähig. Sie wurden ja auch zu langen Haftstrafen verurteilt, aber gleichzeitig auch zur Anhaltung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Sie sind beide in Asten untergebracht, im forensischen Zentrum Asten und dort bekommen sie halt umfangreiche Therapien. Man wird sehen, wie weit diese Therapien fruchten werden. Es sind halt wirklich schwerste Persönlichkeitsstörungen, weil zu so einer Grausamkeit fähig zu sein. Aber das kann ich nicht beurteilen, ob das möglich ist. Die Frauen wurden verurteilt zu langjährigen Haftstrafen jeweils. Und natürlich steht im Mittelpunkt die Frage, wie es diesem Buben geht. Der lebt mittlerweile bei seinem Vater und ist natürlich in engmaschiger Betreuung. Ist sein Leben komplett zerstört? Besteht da noch die Hoffnung darauf, dass er in unter Anführungszeichen normales Leben leben kann mit diesem Martyrium, das er durchlebt hat? Die Hoffnung muss natürlich immer bestehen, aber es wird für ihn wirklich ein langer, schwieriger Weg sein. Also diese Schäden, die bei ihm angerichtet wurden, vor allem psychisch eben, die sind nicht einfach so wegzubekommen. Also es gibt ja auch ein Gutachten über ihn, in dem wirklich schon angeführt ist, dass das sehr, sehr, sehr schwierig alles sein wird. Dass er jetzt natürlich auch durch diese ganzen Qualen, die er mitgemacht hat, ist er natürlich nicht wie ein normaler Jugendlicher. Er hat Minderwertigkeitskomplexe, er ist manchmal mitunter aufbrausend, hat auch manchmal Selbstmordgedanken, es geht ihm wirklich sehr, sehr schlecht. Er ist durch seinen Vater und auch durch, sogar auch durch die Familie von der Sabine K., die zu ihm immer ein gutes Verhältnis hat, also der Großvater kümmert sich viel um ihn, auch die Großeltern natürlich väterlicherseits. Er hat da schon ein gutes Umfeld, das sich sehr um ihn kümmert, er ist auch in psychologischer Betreuung, er ist in einer Schule, wo man ihm sehr auf alles eingeht bei ihm und es ist ihm wirklich nur zu wünschen, dass er das irgendwie einmal wegbringen kann. Lass uns noch einmal kurz über die Familie reden. Wie kann so etwas geschehen und niemandem auffallen? Wir werden in einer der nächsten Folgen auch über den berühmten Fall Josef Fritzl noch einmal sprechen, weil es hier ein Update gibt. Auch da, man stellt sich immer wieder die Frage, warum ist das niemandem aufgefallen? Und hier in diesem Fall das Buben, der in der Hundebox gefangen gehalten wurde, wie kann die eigene Familie, wie kann das die Familie der Mutter, des Vaters und auch der Vater selbst nicht merken? Naja, es war ja dann eben möglich, dass durch diese Anzeige die Frau, also ihren Sohn, vollkommen von der restlichen Familie abgeschottet hat. Dadurch konnten diese Quälereien stattfinden, weil es hat ja keiner mehr diesen Buben sehen dürfen. Das muss man sich einmal vorstellen. Bei den Ärzten verstehe ich es natürlich überhaupt nicht, dass die nichts gemerkt haben. Ich verstehe es auch nicht bei den Jugendamtmitarbeitern. Ich verstehe es auch nicht bei den Psychologen, die den Buben betreut haben. Also das ist mir alles ein großes Rätsel. Bei der Nachbarschaft, das ist ein sehr heruntergekommenes Haus. Es hat auch die Regine G., die Sabine K. und ihren Sohn bewusst dorthin transferiert, weil genau daneben wohnte nämlich in der Nachbarwohnung ein Bekannter von der Regine G., der nicht besonders gut hört. Der Regine G. auch irgendwie musste irgendetwas haben, dass ihr Menschen auch Geld geben, alle möglichen und so. Also der ja auch ein wenig verfallen war oder eher immer geglaubt hat, wenn sie irgendetwas von ihm braucht, dass er ihr das wirklich geben muss. Das heißt, sie hat so diese Sicherheit auch gehabt, dass der direkte Nachbar keinen Alarm schlagen wird oder besser gesagt vorher sie anrufen wird. Und die anderen Nachbarn, ja, das sind wechselnde Mieter in diesem Haus auch. Noch ganz kurz zum Vater, der ja natürlich wusste, dass er sein eigenes Kind niemals missbraucht hat. Wie steht der jetzt eigentlich zu den letzten Jahren? Wie kann er das für sich auch verarbeiten? Das muss ja auch nicht einfach sein. Ja, das ist natürlich auch sehr schwierig und er hat ja die ganze Zeit auch darum gekämpft, seinen Sohn sehen zu können. Und er hat ja natürlich auch darum gekämpft, dass er von diesem fürchterlichen Verdacht freigesprochen wird. Es hat sich dann wirklich herausgestellt, dass er dem Buben nichts gemacht hat. Aber dann hat es auch wieder kein Besuchsrecht gegeben, weil dann hat man schon vom Jugendamt aus gesagt, ja, nein, jetzt hat er den Vater so lange nicht gesehen, jetzt muss man die zwei wieder langsam aneinander gewöhnen. Und das geht nur im Beisein der Mutter beziehungsweise im Beisein einer Vertrauensperson aus dem Jugendamt. Also völlig irre. Also dadurch wurde dem ja auch die Möglichkeit genommen, alleine mit seinem Sohn zu sprechen. Und abgesehen davon wurden dann die meisten Termine ohnehin von der Kindsmutter überhaupt nicht eingehalten. Martina, gehen wir noch einmal an den Tag zurück, an dem der Bub in der Wohnung gefunden wurde. Am 23. November 2022. Das war ja eigentlich der Tag, an dem dieses furchtbare Matyrium endlich beendet wurde. Ironischerweise ist keine Heldin, kein Held dabei involviert, dass das Ganze beendet wurde, sondern justament die böse Komplizin Regine G. Sabine K. hatte wieder einmal den Gerhard fürchterlich gequält gehabt. Wie so oft wieder einmal ein Video davon gemacht, von seinem Zustand. Und man muss sich dieses Video vorstellen, also er sitzt da am Wohnzimmer am Boden, nur mit einer Unterhose begleitet, vollkommen abgemagert, wippt nur einmal noch apathisch hin und her und zeigt manchmal mit einer Hand zur Tür und sagt, raus, raus. Also es war ihm schon anzumerken, dass er kurz kurz vorm Umfallen eigentlich ist, also kurz vorm Tod ist. Und dieses Video hat sie wieder einmal stolz ihrer Freundin geschickt, der Regine K. Und die Regine K. hat offensichtlich doch bemerkt, diesmal, also dass dieses, dass da jetzt eine andere Situation ist, also dass da jetzt wirklich diesmal diese Situation dramatisch ist und dass der Bub sterben könnte. Auf das hinauf hat sie eine Sozialarbeiterin alarmiert, bei der schon der Bub und seine Mutter in Betreuung waren. Also man muss ja da noch auch dazu sagen, dieses Irre, warum hatte sie die Nummer von der Sozialarbeiterin. Also diese Sozialarbeiterin hatte auch schon immer wieder mit der Regine G. Kontakt, weil die Mutter hat sie ihr vorgestellt gehabt, als die Kinderärztin vom Gerhard, also wenn der schwere Wunden hatte. Und dann hat die Regine G. gesagt, naja, sie ist eh die Kinderärztin, er verletzt sich wirklich immer selbst. Also das heißt, sie war noch sozusagen Unterstützung für die Frau. Also da sieht man auch, wie die das gemeinsam komplizenhaft alles gemacht haben. Und die hat dann die angerufen und hat zu ihr gesagt, sie weiß nicht, wahrscheinlich muss der Gerhard wieder fürchterlich gestürzt sein, also es geht ihm furchtbar schlecht und da sitzt er jetzt völlig kapatisch da. Und dann sind die zwei Frauen zusammen, also die haben sich dann dort getroffen vor dem Haus der Mutter, der Horror-Mutter und sind dann in die Wohnung gegangen. Und da hat natürlich dann die Sozialarbeiterin gesehen, was da los ist mit dem Kind und dass da sofort die Rettung angerufen werden muss. Der Gerhard hat dieses Martyrium zum Glück überlebt, aber sein Leben wird immer gezeichnet von diesem Fall sein, nehme ich mal an, Martina. Danke für den Besuch. Ich danke dir. Krone Verbrechen Der Podcast